Premiere des Musikfilms La Femme C'est Moi von Opernsängerin Elisabeth Kuhlmann. Einer meiner größten Wünsche war es, dass ich den Franz Bartholomé gewinnen könnte für dieses Projekt. Ich habe mich total gefreut. Und dann gab es eine Stelle, wo dann der Gerald oder der Luisa sagt, das groovt nicht, du musst es mir grooven lassen. Dann denke ich mir, ja, ich warte schon ein ganzes Leben auf diesen Impuls. Ich möchte das lernen. Kommt, sagt es mir. Bei dieser Art Programm ist es halt wirklich so, dass da jeder über seine Grenzen muss. Die Elisabeth möchte es so. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020